Die Bhagavad Gita für Menschen von heute Erläuterung von Shukadev Pretz, Yoga Vidya Verlag Die Bhagavad Gita für Menschen von heute Erläuterung von Shukadev Pretz, der Gesang Gottes Mit Original-Sanskrit-Versen im Devanagari, Sanskrit-Transliteration und Wort-für-Wort-Übersetzung, Yoga Vidya Verlag Vorwort von Shukadev Pretz Bhagavad Gita bedeutet der Gesang des Erhabenen, beziehungsweise der Gesang Gottes. Hinter diesem klangvollen Namen verbirgt sich das wohl meist gelesene Buch in Indien. Es ist quasi die Bibel der Hindus und viele Inder tragen es stets bei sich, um jederzeit darin lesen zu können und die höchste Wahrheit zu verinnerlichen. Die Gita, wie sie kurz genannt wird, gilt inzwischen weltweit als einer der wichtigsten klassischen Yoga-Schriften, weil sie praxisbezogen ist, indem sie Mittel und Weg aufzeigt, Alltag und Spiritualität ohne zusätzlichen Zeitaufwand geschickt miteinander zu verbinden. Seit Jahrhunderten wird diese Lehre Shri Krishnas von Generation zu Generation weitergegeben und neu interpretiert. Mein Anliegen ist es, diese uralte, aber zeitlose Weisheit den Menschen von heute durch Beispiele, Anekdoten und Geschichten nahezubringen. Die Bhagavad-Gita ist ein umfassender Dialog zwischen Sri Krishna, der Gott-Inkarnation, und seinem Schüler Arjuna, einem mächtigen Krieger und Adligen, der sich kurz vor einer entscheidenden Schlacht demütig an ihn wendet, weil er an einem Scheideweg steht. Bei diesem Gespräch lehrt ihn Sri Krishna alles über praktische und philosophische Fragen des Lebens und darüber, wie man zu ihm, zum Höchsten, gelangen kann. Yoga spielt hierbei eine wesentliche Rolle, weil sich dadurch alle Aspekte unserer Persönlichkeit entfalten können. Yoga hilft uns, einen harmonischen Umgang mit uns selbst und unserer Umwelt zu entwickeln. Er weckt die in uns schlummernden Fähigkeiten und ist ein ideales Übungssystem, um die Gottverwirklichung zu erreichen. Es gibt sechs Hauptaspekte des Yoga, die sich gegenseitig ergänzen und zusammen ein großartiges Ganzes bilden. Gyan-Yoga ist der Weg der Erkenntnis, beziehungsweise der Yoga des Wissens. Hier stellen wir uns existenziellen Fragen, wie zum Beispiel, wer bin ich, woher komme ich, und so weiter. Die Grundlage für Gyan-Yoga ist Vedanta. Raj-Yoga ist der Yoga der Geistesbeherrschung. Rajan, König, Herrscher. Hier geht es um die Entwicklung der Herrschaft über den Geist und die Definition des Geistes. Durch Selbstbeobachtung und Selbstanalyse lernen wir unsere individuellen Muster kennen. Wir erfahren, was unser Potenzial einschränkt, beziehungsweise fördert. Durch Konzentration auf das Gute in uns entwickeln wir immer mehr unsere göttliche Stärke. Kundalini-Yoga ist der Yoga der Energie. Hier wird insbesondere mit dem Astralkörper und seinen Energiezentren, Chakras und Energiekanälen, Nadis, gearbeitet. Kundalini-Übungen zielen darauf ab, den Astralkörper zu reinigen und die Chakras zu harmonisieren und zu öffnen, sodass die Lebensenergie Prana erhöht wird und entlang der Wirbelsäule nach oben steigen kann. Hatha-Yoga ist der im Westen bekannteste Yoga und besteht vor allem aus Körperübungen, Asanas, Atemübungen, Pranayama, Meditation, Tiefenentspannung, Shavasana und Ratschlägen zur richtigen Ernährung. Karma-Yoga ist der Yoga der Tat und besteht in selbstlosem Dienst und Spiritualisierung des ganzen Lebens. Bhakti-Yoga ist der Yoga der Liebe und Hingabe. Bhakti ist höchste Liebe zu Gott. Ohne Bhakti sind Erkennen und Handeln leer. Bhakti ist die Grundvoraussetzung für Gottes Verwirklichung. Shri Krishna geht hauptsächlich auf Karma-Yoga und Bhakti-Yoga ein. Hier werden alle unsere Handlungen spiritualisiert, um so Gotterkenntnis zu erreichen und selbstverwirklich zu werden. Und obgleich er überwiegend diese beiden Yoga-Wege behandelt, findet man an vielen Stellen auch ausgezeichnete Hinweise für die anderen Aspekte des Yoga. Die Bhagavad-Gita verspricht uns nicht, wie zum Beispiel das Yoga-Sutra oder die Hatha-Yoga, Padibhika, dass wir durch stetes Üben übernatürliche Kräfte, besondere Fähigkeiten oder unendliche Energie bekommen. Sie lehrt ausschließlich, wie wir schnell und effektiv zu Gott finden können. Trotz dieser hohen Zielsetzung funktioniert das sehr gut, denn die Bhagavad-Gita hat einen Vorteil gegenüber vielen anderen Schriften. Sie lehrt uns, wie wir das tägliche Leben, Beruf, Familie, Freizeit und so weiter spiritualisieren und auf das Göttliche ausrichten, ohne dafür mehr Zeit im Alltag aufbringen zu müssen. Es geht hauptsächlich um die innere Einstellung, also darum, in welchem Geiste wir etwas tun sollen, wenn wir unser Leben zum Erfülltsein transformieren wollen. Das vorliegende Buch ist die Essenz der vier Bände von die Yoga-Weisheit der Bhagavad-Gita für Menschen von heute, welche ursprünglich aus einer Vortragsreihe im Rahmen einer intensiv Weiterbildung für Yoga-Lehre entstanden. Die Übersetzung der Sanskrit-Verse wurde fast eins zu eins aus Swami Sivanandas Srimad Bhagavad-Gita Zwiesprache mit der Ewigkeit übernommen. In Klammer mit Erlaubnis von Sumitra Shang, dem ehemaligen Inhaber des Mangalem Verlages, bei dem die deutschsprachige Ausgabe veröffentlicht wurde. Zur besseren Lesbarkeit habe ich in der Kommentierung meist die männliche Form gewählt. Wenn also im Text allgemein von der Meister, der Schüler, der Aspirant die Rede ist, schließt das grundsätzlich immer die Meisterin, die Schülerin, die Aspirantin mit ein. Der Ausdruck Gott für Shri Krishna, höchstes Bewusstsein, Überseele, das Absolute, Parabrahman und so weiter, wird besonders oft benutzt, weil er mir am neutralsten erscheint und am ehesten mit allen Glaubensrichtungen vereinbar ist. Ich möchte allen herzlich danken, die zur Realisierung dieses Buches beigetragen haben. Mein größter Dank geht an meine Meister, Swami Sivananda und Swami Vishnu Devananda, deren Segen mich zu diesem Buch inspirierte. Shukadev, Bretz, Jogavidja, Bad Meinberg, Januar 2016